Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Sofort nach der Beerdigung habe ich den Rolli meines Bruders auf Willhaben gestellt. Ich brauchte einfach etwas, das mich wieder zum Lachen bringt. Nach dem Tod unserer Mutter. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe euch hat er gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Schaut mal auf Mabacher, meiner Facebook-Seite vorbei. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Nicht vergessen, Lachen macht lustig.